4. Folge, jetzt gibt es eine Freude. Was ist denn? Jetzt strecke ich mich einfach nach oben an die Decke. Nein. Jetzt strecke ich mich einfach nach oben an die Decke. Ja, das ist gut. Diese Scheiße, auch 12 kosten, Alter. Was ist denn jetzt noch? Was ist denn? 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 Das ist ein bisschen praktisch. Jetzt brauche ich noch schnell. wenn ich mal treffen würde das oder ist fast tot wahrscheinlich was ist mit dem 31 ach so als ob wow 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 flex flex black ich brauche im prinzip nur noch zwei strings ein paar treibungen noch zwischen zweitens gibt es sonst gewesen das ist das schon t mit ich bin ganz kurz Es hat sehr viel gezogen. Wenn ich diesen einen Hit nicht verfehlt hätte. Das kann jetzt nicht sein, dass er einfach gekickt wurde im Kampf. Soll ich mir nochmal kurz drinnen einfache und solle mich www.youtube.com. es braucht so auch noch strengen Nooo! Nooo! Okay. Ich kann das nicht so weit weg. Ich kann das nicht so weit weg. Ich kann das nicht so weit weg. und sterbe ich wenigstens gegen folie oder so 4 power 2 3 bogen natürlich geil recht auf kaum versuchen kann auch zwei gibt es zu wollen scheiße jetzt sterben das ist auch egal geht über eineinhalb herzen gerade das was richtig lach auf der oder einfach gekriegt im feiten dort keine folge wissen ein fall vortreff das ist der tote ich habe zu geben noch ein fall hinterher und er wird tot gewesen so Vielen Dank. Okay, gut. Schreiber, wenn du bereit bist. Ich spiel mal ein Bergdick. Er will hinter dem Ding warten. Hat er eine Falle? Ich habe nur noch elf Pfeile. Ich sehe diese Falle nicht. Wo sind die denn auch dahinter? Das ist noch eine. Ich kann leider noch jetzt einfach versuchen zu pushen. Das Bauwettel ist halt scheiße. Scheiße, gar nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Ich hätte mir den Gap nicht gappen dürfen. Nein! Wie viel hat das denn noch? Junge, schreib! Oh, in Ordnung. Ja. Ja.